Mit der Aktion Österreich hilft Österreich zeigen wir Ihnen, wie unsere Hilfsorganisationen arbeiten. Rettungshundeführerin Johanna Gunacker vom Samariterbund mit Hündin Toffi ist heute zu uns gekommen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind. Sie beide sind jung, sowohl Hündin Toffi als auch Sie selbst, wurden gerade ausgebildet und werden wo genau zum Einsatz kommen? Also wir werden zum Einsatz kommen, sowohl bei Alarmierungen, wo es zum Beispiel eben beim Altersheim, wer vermisst wird. Also immer wenn die Polizei alarmiert wird, werden wir dann dazu alarmiert, eben wenn Personen vermisst sind oder abgängig sind. Also es geht um Personensuche. Warum kann das Ihrer Hündin Toffi besonders gut? Also sie wurde drei Jahre lang jetzt dafür ausgebildet. Also die Ausbildung dauert circa drei Jahre bei uns. Und ihr macht es einfach extrem viel Spaß. Wie schaut so eine Ausbildung aus? Also man fängt halt wirklich Step by Step an. Man fängt wirklich an einfach nur, dass man mal ihr den Geruchsartikel zeigt und sagt, okay... Moment, Geruchsartikel, was ist das? Dass ein Geruchsartikel ist zum Beispiel eine Zahnbürste von der vermissten Person, ein Socken, also alles... Das ist so, wie man im Abenteuerroman liest oder auch manchmal im Fernsehen sieht, bei einem Krimi. Da hast du den Socken, schnuppern mal und such. Ja, genau. Das funktioniert? Das funktioniert, ja. Also es geht zum Beispiel auch nur, wenn die vermisste Person auf einer Bank gesessen ist. Also nur durch das Sitzen auf dieser Bank, auf der Oberfläche speichern sich dann die Gerüche. Und auch wenn man sie dort ansetzen lässt, kann sie damit die Person dann suchen, ja. Der Hund schnuppert dann sich den Boden entlang und schnuppert sich so seinen Weg bis zur vermissten Person. Genau. Man hat auch immer wieder gelesen oder gesehen im Fernsehen, dass wenn zum Beispiel jemand durch einen Fluss oder einen Bach gegangen ist, dass dann das nicht mehr funktioniert. Dass sozusagen dieser Schnupperweg unterbrochen ist. Ist das in der Realität so? Nein, also wir trainieren das auch wirklich, dass wir durch Flüsse trailen. Also wir trailen, wir sind Mantrailer. Und das geht wirklich, dass sie dann am Ufer genau weiß, wo es wieder weiter geht. Oder auch im Bach, ob es jetzt links oder rechts geht. Also das weiß sie wirklich, ja. Kann man schon abschätzen ungefähr. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber bei welchem Einsatz Sie beide eventuell zum Einsatz kommen könnten und wo in Österreich. Machen Sie das in, sagen wir mal, in Niederösterreich oder in ganz Österreich? Wie schaut das aus? Ja. Also wir sind hauptsächlich in Niederösterreich im Einsatz. Und der nächste Einsatz, wenn jetzt keine Alarmierung reinkommt, ist beim 100 Tag in Baden. Am Sonntag ist der. Weil natürlich die Öffentlichkeitsarbeit für uns auch sehr wichtig ist. Auch, dass wir bekannt werden. Deswegen sind Sie auch hier. Kann man ja auch sagen. Aber was ist denn das Schwierigste bei so einem Einsatz? Also was macht das Ganze besonders schwer? Ja. Natürlich, da gibt es halt nicht wirklich einen stritten Ablauf. Weil natürlich, man ist natürlich selber aufgeregt. Und der Hund natürlich auch. Und somit ist es natürlich jeder Einsatz. Man kann nicht sagen, okay, es ist jeder Einsatz gleich. Sondern du kommst immer, du stößt immer wieder auf neue Herausforderungen natürlich. Neugierig ist sie natürlich auch. Oder sie besser, die Toffi. Sie ist bei der Personensuche sozusagen ihr Beruf. Was macht denn Ihre Hündin, sagen wir mal, in der Freizeit gern? Sie geht extrem gern schwimmen. Also sie ist wirklich eine Wasserratte. Und ja, also das machen wir eigentlich in unserer Freizeit, wenn wir nicht gerade trainieren, eigentlich am liebsten. Und natürlich am Berg gehen. Und Sie machen das ehrenamtlich? Oder für schnöde Geld? Ja, also es ist ehrenamtlich. Also wir bekommen nichts bezahlt. Es ist sozusagen einfach unsere Leidenschaft. Und ja. Johanna Gunacker vom Samariterbund mit Hündin. Toffi, danke schön, dass ihr da wart. Ja, danke schön.